Nach dem Riesenerfolg von Skylanders versucht nun Disney mit Disney Infinity der erste große Konkurrent zu werden. Und das kann er verdammt nochmal werden. Das Konzept von Skylanders fand ich eigentlich schon immer geil, denn mein Mitbewohner, der hat das Spiel nämlich. Nur leider konnte ich mit dem Setting überhaupt nichts anfangen. Schon immer dachte ich mir, wie geil wäre es bitte so ein Spiel mit irgendwelchen berühmten Videospiel- oder Filmhänden zu haben. Und BAM! Keine paar Wochen später kündigt Disney dieses Spiel an und ich war heiß wie ein fettiges Schnitzel, sag ich euch. Ich freue mich riesig, dass es endlich so weit ist, dass wir uns in die Welt von Disney Infinity stürzen dürfen. Ich habe selbstverständlich das ganz normale Starter-Pack hier, damit wir uns erstmal das Spiel angucken können. Sollte das Spiel aber richtig gut bei euch ankommen, werde ich selbstverständlich keine Kosten und Mühen scheuen, um euch die anderen Sets auch noch zu zeigen. Ich würde sagen, wir legen jetzt einfach mal los. Ich habe nämlich gerade die Jack Sparrow und die Sully-Figur auf der Plattform stehen. Und ja, wir gucken uns jetzt einfach mal an, was passiert. Ich habe ja keine Ahnung. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr dieses Projekt unterstützen würdet. Mit einem Daumen nach oben, wenn ihr euch genauso freut wie ich. Ich kann es kaum erwarten. Los geht's! Uh, ein Funken! Jede große Idee beginnt mit einem Funken Fantasie. Aber natürlich, wenn wir keine Fantasie hätten, wäre... Was wären wir dann eigentlich? Mit etwas Zeit, Hingabe und Sinnvollkeit. Für Abenteuer kann sie wachsen. Sie beginnt zu leben und zu strahlen. Ah! Unsere Fantasie. Bis das Fantasie Realität wird. Die Fantasie kann einen überall hinbringen. Man muss nur den ersten Schritt tun. Und genau diesen werden wir jetzt auch tun. Oh, schaut euch das an! Hallo! Ah, wir müssen immer den Funken etwas größer machen. Etwas aufbauen. So erschaffen wir eine Welt. Denn darum geht es unter anderem in Disney Infinity. Eine Welt erschaffen! Denn man hat natürlich die Welt, mit denen man spielen kann. Wie zum Beispiel die Monster AG. Oder die Stadt der Incredibles. Aber nein! Man kann auch seine eigenen Welten erschaffen. Und mit ihnen spielen. Und das macht dieses Spiel so ganz besonders. So werden wir auch nach dem eigentlichen Hauptspiel noch sehr viel Zeit mit ihm verbringen können. Denn es gibt unzählige Inhalte von anderen Spielern, die das gebaut haben. Roll den Teppich für mich aus. Wir spielen Disney Infinity. Infinity. Sie kann das Tor zu neuen Entdeckungen sein. Und sie wächst weiter, bis sie dich zu dem macht, der du bist. Sie kann sogar die Welt um dich herum beeinflussen. Ah! Micky! Wie geil ist das denn? Okay. Hey! Feuerwerk! Oh ja, da bin ich gespannt. Also Leute. Hey! Jack! Ich bin's! Jack! Herr! Hör! Hier ist es wunderschön. Ich habe noch nie etwas Vergleichbares gesehen. Ach, ist das schön. Das ist mal das etwas andere Intro, aber es ist wirklich toll. Hey, Ralf! Ich bin die Beste! Ach, wie geil ist das denn? Wir können nicht nur neue Freunde finden, sondern auch neue Orte besuchen. Uh! Woody! Hey! Hey, howdy, hey! Ach, wie schön ist das denn? Hey, Woody! Hey, ich habe kein Pferd, das ist unfair! Hui! Ah, wir dürfen auch schon springen. Okay. Guck mal her, Woody! Wo laufst du denn hin? Ah, wieder ändert sich die Berge. Hey, jetzt sind wir noch mal zu gehen! Sully! Wow, das nenne ich mal einen Szenenwechsel. Mike, Sully, wartet! Hallöchen! Haha, wie cool! Captain Jack! Unsere Figuren. Na, aber gerne doch! Also hier so ein kleines bisschen Tutorial, Doppelsprung. Ganz normale Spieleweise erst mal. Kamera dreht sich schon mal mit. Schon mal. Nicht so verkehrt. Uh! Na, richtig gute Jump'n'Run-Einlagen hier. Nein. Arr, da ist Davy Jones mit seiner Flying Dutchman. Nein! So, was geht's? Entern wir sie. Wie schafft man das am besten? Mit viel Fantasie, sage ich. Haha, okay. Ah, wir dürfen jetzt hier eine Kanone bauen. Geil! Und dann muss ich einfach nur... Ah, ah, muss ich drücken. Okay. Okay. Wird die jetzt automatisch gebaut? Oder muss ich... Ah! Geil! Einfach mitten im Kugelhaken rüberfliegen. Okay, mega fett. Und das sind... Das ist die Stadt der Incredibles, oder? Ja, aber klar! Oh, der Superschlag. Die Heimat der Unglaublichen. Oh, oh! Ich glaube, diese Stadt braucht einen Helden. Wir sollten helfen. Komm schon! Na, aber klar. Also, X zum Schlagen. Immer gerne, doch. Oh, da kommt gleich der Nächste. Komm her! Oh, den mach ich kaputt. Oh, die Autos kann ich auch geschlagen. Wunderbar. Klar! Wir machen alles! Oh, geil, Cars! Okay, vor allem wer alles mitfährt, gell? Boah, okay, das ist natürlich mega nice. Geil. Wow! Freier Fall! Nichts, was man mit etwas Fantasie nicht lösen kann! Ist das fett! Vorsicht, pass auf! Okay. Um die loszuwerden, braucht man ein ganzes Team. Na dann, los geht's! Okay, wir haben sogar einen Blaser. Here, eat that, motherfucker! Wenn ich jetzt noch Zorg kriege, dann wäre das so die Dame. Komm, Buzz, zeig's ihnen! Stark! Wuhu, wir haben's geschafft! Und wer, wenn nicht Mickey, sollte uns unser nächstes Abenteuer zeigen! Na dann, zeig mal! Mickey! Uh! Ach, naja, wir können sogar einen Wandsprung! Ne, ich dachte schon. Ah, ist das lieb gemacht! Ein tolles, tolles Intro-Tutorial! So ein tolles habe ich lange nicht mehr gesehen. Wie klasse das ist! Ah, da ist sie, die Plattform! Die hier vor mir steht. Ah, da haben wir den Sully! So ist es. Manchmal erschrecke ich mich sogar selbst. Es ist gut, Schreck! Das ist das Herzstück deines Erlebnisses, die Toybox. Mit einem Funken Fantasie ist hier alles möglich. Du kannst dein Auto fahren, gegen böse Schurken kämpfen oder verborgene Schätze suchen. Möchtest du deine ganz eigene Welt erschaffen? Nutze das rote Weltfeld, um zum echten Profispieler zu werden. Okay, und jetzt dürfen wir hier mit Sully Gas geben, oder wie sieht das aus? Ah. Möchtest du weiter zu Play, oder willst du in der Toybox weiterspielen? Also wir haben ja verschiedene Möglichkeiten. Wir haben eben diese drei Spielfiguren. Eben die Monster-Uni, also Sully, die Unglaublichen und Flucht der Karibik. Und alle Figuren stehen selbstverständlich da. Die kann man dann noch erweitern mit eben diesen Sets, die man nachkaufen kann. Also im Moment gibt es zum Beispiel Cars. Oder hier den neuen Film von Johnny Depp. Und ja, ich würde sagen, wir gucken uns das jetzt einfach mal an. Ich weiß es nämlich nicht, wie das hier so läuft. Ich weiß auf jeden Fall nur eins, dass dieses Spiel so unglaublich viel Potenzial hat. Und ich hoffe, dass es das ausschöpfen kann mit der Zeit. Und ja, wir spielen jetzt einfach, wir wissen, was hier abgeht. So, wir dürfen jetzt rumlaufen. Wir sind jetzt aber hier so in der Mitte, wenn ich das richtig sehe. Also eben hier bei dem Disney-Schloss. So, was ist jetzt was? Was ist das hier? Darf ich da irgendwas drücken? Ähm, ne, scheinbar nicht. Ah, okay. Reisen, Online, Mehrspiele, Herausforderungen. Also hier gibt es auch eine ganz schöne Menge zu tun. Aber ich dachte, wenn ich auf einer der Plattformen laufe, dann... Ah, hier passiert irgendwas. Ah, das ist jetzt quasi... Ich platziere ein Playset-Element auf der Disney-Infinity-Base, um dieses Playset zu besuchen. Ah, okay. Also ich darf zum Beispiel mehrere platzieren. Das Rote-Belt-Belt-Belt-Für dich zum Bauen-Anfänger-Abenteuer, wo du erfährst, wie du deine kreativen Fähigkeiten entwickeln kannst. Okay. Ich kann jetzt aber auch einfach mal kackenfrech sein. Und hier so ein Gelände hinsetzen. Also wie gesagt, man kann sich ja seine komplette eigene Welt bauen, in der man dann auch selbstständig spielen darf. Weil ich kann jetzt hier zum Beispiel diese lustigen Figürchen aus... Die Funken, die eine Figur verdient, helfen beim Aufleveln. Mit jedem neuen Level verdienst du eine Drehung im Spielzeug-Tresor. Wer ist das Monster? Okay. Also man kann jetzt hier zum Beispiel die Figur von Alice in Wonderland, diese Kartenspieler-Figur hinsetzen. Aber bauen wollte ich ja eigentlich nicht. Also ich möchte ja eigentlich erstmal das Spiel an sich sehen. Was ist das jetzt hier noch? Das rote Weltfeld dient dazu, auf deine Abenteuer zuzugreifen und dein Spiel zu speichern. Ah, okay. Also speichern klingt ja grundsätzlich schon mal gut. Ich darf nicht vergessen, meinen Aufsatz über Schreikanister-Design fertig zu kriegen. So, speichern wir das erstmal ab, weil dann muss ich das Intro nicht nochmal spielen. Annahme, die Toybox. Nee, das finde ich irgendwie nicht okay. Das ist mir ein bisschen zu langweilig. Da machen wir jetzt einfach... So. Mein Name. Dann weiß ich nämlich Bescheid, wie der Hase läuft. So. Beschreibung. Naja gut, dann machen wir noch eine Beschreibung rein. So, das ist nämlich euer Let's Play. Dann weiß ich das nämlich auch. Denn, für die Leute, die sich fragen, ja, kannst du nicht mal zeigen, wie das hier läuft mit dieser Box? Wie man die Figürchen da drauf stellt und wie das alles aussieht? Das werde ich euch zeigen. Allerdings erst in meiner Gaming-Show, die am 1.9. ja starten wird. Und da werde ich euch am 1.9. zeigen. Da werde ich euch das mal ein bisschen genauer zeigen, wie das funktioniert. So, das ist wunderbar. 14 Minuten gespielt. Alles klar. So, also hier kann ich jetzt reisen, bauen. Und hier kann ich eben zugreifen auf zum Beispiel den Meisterabend... Meisterabenteuer? Abenteuer? Keine Ahnung, was das alles heißt. Fettige Toybox-Welten. Da werde ich wahrscheinlich... Ja, irgendwas runterladen können von irgendwelchen Leuten, die schon was gebaut haben. Ich gehe mal davon aus, dass es noch keine fettige Welt gibt, nachdem das Spiel heute erst rausgekommen ist. Gucken wir uns doch den Abenteuer-Modus an, würde ich sagen. Wir wollen nämlich alle Abenteuer-Modi durchspielen und dann gucken wir uns die Toybox-Welten an. Sully's Paintball-Party. Das klingt schon mal richtig geil. Zeige deinen Rivalen einen Sieg der ganz anderen Art. Verweise sie auf ihre Plätze, bevor die Zeit abläuft. Aber sehr gerne. Das Bauen-Anfänger-Abenteuer ist die perfekte Gelegenheit, dein kreatives Potenzial zu nutzen. Rufe es über das rote Weltfeld auf. So, und man kriegt auch, wie man da unten lesen kann, so Bonus-Münzen. Da kriegt man dann so Ausrüstungsgegenstände. Ich habe da irgendwas von der Monster-Uni. Ich glaube, das ist... Ich weiß nicht. Ich weiß leider nicht, welche Figur das ist. Keine Ahnung. Aber das gucken wir uns selbstverständlich auch alles noch an. Jetzt spielen wir mal erst mal Paintball! Da und da können wir jetzt zum Beispiel ein zweiter Spieler-Beispiel... Also zu steuern, damit wir quasi zwei gegen zwei machen können. Die Zeit ist knapp, also schalten so viele Paintball-Spieler wie möglich aus. So, wir müssen jetzt verschiedene Charaktere von der Monster-AG bzw. Monster-Uni ausschalten. Bevor die Zeit auf 35 Gegner... Das klingt irgendwie ziemlich hart. Aber wir probieren das. Los! So viele Paintball-Spieler wie möglich! Boah, das wird mit der Kamera wahrscheinlich richtig blöd. Ach, ich darf auch... Ah, okay. Sind die dann raus? Wenn ich sie treffe? Boah, die gehen ja ganz... Die gehen ja ganz schnapp. Hey! Können die mich doch nicht so fertig machen. Verdammt! Müssen wir hier mal ein bisschen weghechten. Was ist denn das da? Munition? Boah, ey, das... Was sind denn das? Ja, die haben Aim-Bots! Boah, das ist gar nicht so einfach, Leute, sag ich euch. Sag mal, ist... Naja, das Steuerkreuz zieht mir ein bisschen zu langsam, finde ich. Ach, die gehen schon kaputt, wenn ich sie treffe. Ah, aber ich muss sie etwas öfters treffen. Und da ist... Okay, ich balle jetzt einfach wie wild. Nachladen tut er automatisch. Komm, jetzt bin ich raus, glaube ich, ne? Ja. Ich habe nur drei besiegen können. Aber ich darf wohl wieder rein. Boah, sag mal, wie viel halten denn die aus? Das ist ja... Das ist ja pervers. Ohne Witz, der hält Ends viel aus. Jetzt habe ich die Bronze-Medaille für fünf. Kann ich nicht auch das ein bisschen besser ohne Zielen machen, so automatisch? Ich bin nämlich auch ein Aim-Bot. Na, dann ist das nämlich schon gleich ganz, äh, ganz, ganz anders. Nervöser Abzug. Das ist jetzt ne, ne Fertigkeit. Da, schau dich mal an. Jetzt, halt, jetzt habe ich es raus. So, und mit jeder Herausforderung, mit jedem Spiel, das man spielt, kriegt man halt eben neue Gegenstände für seine Toybox, wo man dann eben mehr Sachen in die Welt, äh, in der Welt bauen kann. Das ist ja ganz interessant. Jetzt will ich trotzdem wissen, was ist das, was ich eigentlich sammle? Wird mir irgendwie nicht so ganz klar. Energie, oder? Was ist das? Teleportieren. Komme ich dann auf die andere Seite? Ah ja, Tatsache. Okay, sehr geil eigentlich. Also, das dürfte mit ein paar menschlichen Spielern sogar richtig nice sein. Das gucken wir uns natürlich auch an, wie das da wirklich läuft mit dem Online-Modus. Wenn wir dann nämlich einen Online-Modus haben, und selbstverständlich können wir dann auch irgendwie, also ich weiß nicht, ob es geht, Leute. Es ist das erste Mal, dass ich spiele. Ich habe mich damit noch nicht auseinandersetzen können. Aber sollte es möglich sein, dass man das auch online spielen kann, auch irgendwie, keine Ahnung, gegen, äh, Leute aus der Freundesliste, dann werde ich, äh, euch mal dazu auffordern, mich zu adden. Und dann können wir vielleicht mal sogar Paintball gegeneinander spielen. Aber das ist jetzt normal Zukunftsmusik. Ich weiß natürlich nicht, ob das überhaupt geht. So, jetzt habe ich Silber. Und 35, also ich sage mal so, das ist bestimmt machbar, wenn man von Anfang an Gas gibt. Ich weiß noch nicht, ob das jetzt Abzüge gibt eigentlich, wenn man jetzt mal stirbt zum Beispiel, wie ich es ja getan habe. Boah, wenn man natürlich von allen Seiten ganz schön getroffen wird, dann ist da gut was los. Vor allem 5 gegen 1, also wenn ich das richtig sehe, sind immer 5. Auf, mir hier einen Headnut zu geben, was erlaubst du dir eigentlich? Noch 10 Sekunden. Ja, ja, weil mit menschlichen Spielern kannst du dich richtig nice verstecken auch. So, folgt ihr mir hier noch, oder wie sieht das aus? Ah, jetzt ist es wurscht. 20 Stück, naja, komm, fürs erste Mal würde ich sagen, ist das doch ganz okay, oder? Rekord, Seite 1, Seite 2, wahrscheinlich gilt das dann auch für irgendwie Freundeslisten oder so. Also ihr könnt mich ja, wenn ihr wollt, hier bei der Wii U adden. Also ich habe mir das Spiel für die Wii U gekauft, ne? Weil ich glaube, da kannst du dein Potenzial am besten ausschöpfen, auch was das Bauen angeht. Also könnt ihr mich ja mal adden, ne? So, das war Paintball. Gilt das jetzt als geschafft? Also ich denke mal, man muss mindestens Bronze haben, damit das als geschafft gilt, oder? Und man kriegt halt für jede Medaille, kriegt man da neue Sachen halt. Zum Beispiel hier die Lok oder keine Ahnung. Schauen wir mal, wie das hier weitergeht. Also ihr verpasst bisher auch auf dem Wii U-Tablet nichts, ne? Also all das, was ihr seht, gerade sehe ich auf dem Tablet auch. Also ich denke auch nicht, dass da groß was noch anders sein wird. Ich glaube eher nur, dass es eben zum Bauen ist. Und das machen wir ja sowieso jetzt eigentlich nicht. So, jetzt ist natürlich... So, jetzt habe ich hier so einen lustigen Zauberstab. Was macht denn der? Ach, da kann ich Sachen anmalen. Ne, das will ich ehrlich gesagt gar nicht. Ah, okay, das ist das Gebrüll. Also man kann, damit kann man die Leute erschrecken. Und dann habe ich auch noch einen RAM-Angriff. Da weiß ich allerdings nicht, wie der funktioniert. Das ist wahrscheinlich der da, der RAM-Angriff. Okay. Naja, jetzt ist es erstmal interessant, wie geht das da weiter? Gibt es jetzt ein neues Abenteuer? Ich glaube, das war der falsche Knopf. Ne, das bleibt dabei. Okay. Vielleicht geht das ja doch erst bei Gold weiter oder so. Die Heldengalerie gucken wir uns jetzt mal an. Achso, ne, dann möchte ich natürlich erstmal speichern. Und es gibt auch sehr viele Sachen zu entdecken, was mich so ein bisschen an Lego City natürlich erinnert. Aber ich weiß natürlich auch nicht, ob wir auch hier alles entdecken werden. Das kommt ganz auf euch an, wie sehr ihr das Projekt unterstützt. Mein, so gut wie Lego City kam noch überhaupt nichts an. Deswegen war es ja klar, dass ich das zu 100% für euch spiele hier. Wie gesagt, das ist eure Entscheidung. Schauen wir mal, fertige Toybox. Ich gucke es mir jetzt einfach mal an. Ich bezweifle mal, dass es irgendjemand schon hat. Lerne hier. Ne, ich will eigentlich gar nichts lernen. Eine neue Lehre. Ne, das gucke ich mir auch oft eher, glaube ich, an. Weil das ist, glaube ich, nicht sehr spannend. Ich will eher für euch ja den Story-Modus spielen. Okay, eine Schnitzeljagd. Meisterliches Kämpfen, meisterliches Fahren. Kann ich das dann überhaupt machen ohne mein Car-Set? Weiß ich gar nicht. Aber klingt lustig. Das gucken wir uns jetzt mal an. Also, mal sehen, was das jetzt ist. Es gibt eben sehr viele verschiedene Sachen. Und ich kann jetzt auch zum Beispiel jederzeit Jack Sparrow drauf tun. Dann spielen wir mit Jack. Also, das ginge. Ich zeige euch das bestimmt in dem Part hier heute noch. Damit ihr mal seht, wie da die Wechsel und Unterschiede sind. Ich will auch wissen, was passiert, wenn da gar keine Figur drauf ist. Jetzt bin ich echt gespannt, weil... Ah, wir kriegen ein Auto gestellt. Wir kommen in der Renn-Arena von Disney Infinity. Hier kannst du fahren, springen und rasen wie die Profis. Okay, lass uns anfangen. Okay, das ist schon mal springen und das ist beschleunigen. Da kommt die erste Kurve. Okay, ja, die nehmen wir ja. Wow, okay, lenken etwas merkwürdig. Okay, na, das kommt natürlich bestimmt sehr viel cooler, wenn du mit dem Car-Set unterwegs bist. Auf jeden Fall ist es cooler. Ach, du kacke driften. Okay, sehr geil. Immerhin. Naja, gut, die driften sehr stark. Also, einmal kurz gedrückt und dann bist du eigentlich um die Kurve. So, High-Speed-Gefühl kommt da jetzt natürlich noch nicht auf, ne? Aber das erwarte ich eigentlich auch gar nicht. So, das müsste doch die erste Runde schon gewesen sein, oder nicht? Oder ging das hier los? Na, also, die Strecke ist jetzt nicht sehr kurz. Keine Ahnung, was jetzt das 1 von 3 bedeutet. Vielleicht ging es auch erst mittendrin los, weil es ein fliegender Start war oder so. Aber es ist auf jeden Fall schön zu wissen, dass man auch mit den anderen Charakteren durchaus die Spiele machen kann. Ach, ich soll nur Drifts machen? Ach so. Ah, nicht nur so kurz drücken halt, sondern etwas längerfristig. Wow, wenn du mit dem Auto unterwegs bist, bleibe ich ab jetzt zu Hause. Wahnsinn, wie viel Energie du mit den Drifts gesammelt hast. Ah, und da kann man Energie sammeln. Also eigentlich wie bei Mario Kart. Wenn wir mal ehrlich sind, nur ohne Anzeige halt, ne? Und dann gibt es vielleicht einen Boost oder so. Und den löse ich wie aus? Wollt ihr mir das auch noch sagen? Oder muss ich jetzt testen? Also springen habe ich schon gefunden. Das ist das hier. Bewege eher nach vorne. Hör! Was war denn das? Das war ich glaube ich falsch, oder? Hör! War ich doch richtig? Ach so. Ein wenig Zeit für Zeitlupe! Das verstehe ich irgendwie nicht so ganz, was die von mir wollen. Ich bewege den rechten Stick doch nach vorne, was ist das Problem? Ein wenig Zeit für Zeitlupe! Ah, ich hätte wahrscheinlich dabei... bei der Schanze sein sollen. Schauen wir mal, ob ich das bei der nächsten Schanze nochmal hinkriege. Ah, ist ein bisschen... ein bisschen komisch gemacht, muss ich sagen. Ah, okay. Also nicht gedrückt halten, sondern einmal stark nach vorne. Das muss mir doch einer sagen, Mann. Bäm! Okay, jetzt hat er was. Gut. Du musst vermutlich mehr driften, um genügend Energie zum Boosten zu sammeln. Vergiss das Springen nicht! Oh, was geht jetzt ab? Wo sind wir denn jetzt? Woo! Jetzt sind wir auf dem offenen Feld. Okay. Kann man hier richtig schöne Schanzen machen. So, jetzt sammeln wir die Objekte mal ein. Schauen wir mal, was hier geht. Woo! Ah, nice! Und damit können wir auch... äh... Energie sammeln. Zehn Stück gibt es zum Sammeln. Na, mal schauen, ob wir die alle finden. Ich denke mal, das kriegen wir hin, oder? So, da brauchen wir nicht groß tricksen. Erstmal den Boost, damit wir da ganz nach oben. zusammenkommen und dann... Oh, merke ich, dass ich von der anderen Seite kommen muss. Okay. Kein Problem. Machen wir selbstverständlich. Durch den Mega-Drift sogar kein Problem, denke ich. Und jetzt... Los! Oh, nee, daneben gesprungen. Ist das dein Ernst, dass ich da daneben gesprungen bin? Okay, probieren wir nochmal. So, jetzt hat er war. Jetzt hat er war. Woohoo! Geht doch. So, da drüben ist der Nächste. Und den kriegen wir doch auch. Mit Boost, perfekt. Ah, drücke L um eine schnelle 100. Okay. Probieren wir auch gleich mal. Wenn du dazu bist, was für Anfänger. Cool. Also, wenn du dich mal verfährst. Vollgas. So, dann hätten wir den. Schauen wir mal, ob wir da oben noch was haben. Ich glaube, hier habe ich noch einen gesehen. Und da auch. Also, da muss ich nochmal Schanze machen. Dann habe ich hier gerade noch einen in der Mitte gesehen. Wunderbar. Sehr gut. Wie wäre es jetzt mit ein wenig rückwärts fahren? Nö. Also, finde ich gerade gar nicht mal so attraktiv. So, den haben wir auch. Einen noch. Der war da drüben irgendwo. War der jetzt hier bei einem Feuerring? Ja, aber da muss ich nicht durch. Egal, wir haben es. Jawohl. Ja, genau. Was ist dann los? Okay. Ja, schön. Dann haben wir das auch geschafft. Also, man kann auch Gastfiguren verwenden. Sehe ich das also richtig? Dass ich rein theoretisch auch mir die Figuren ausleihen könnte? Das wäre natürlich interessant. Minen in Fahrtrichtung auswerfen. Das klingt nach einer Menge sehr coolen Multiplayer-Games, wenn ich ehrlich bin. Bin ich mal gespannt, was da alles im Online-Modus möglich ist. Das gucken wir uns in der nächsten Folge mal an. Was wir im Online-Modus treiben können. Jetzt möchte ich euch das mit den Figuren noch zeigen. So, das bedeutet, was passiert, wenn ich den Sully jetzt einfach hier runternehme? Ah, warte, ich speichere mal lieber, bevor mir jetzt hier irgendwas flöten geht. Weil ich meine, geschafft ist geschafft. Das wollte man ja nicht einfach so aufgeben. Abhängen, in die Vorlesung gehen. Ja, so wird das laufen. Tja, da ist das Leben an der Monster-Uni. So, jetzt aber. Schauen wir mal, was da passiert. Wir haben hier Sully. Jetzt hat er den Weg. Und? Er wird zu keiner richtigen Figur mehr. Und was passiert, wenn wir jetzt den Captain Jack draufstellen? Uh! Geil, und der hat halt natürlich eisgeil eine Pistole, gell? Die ja eigentlich nur einen Schuss hat. Geil, und der hat dann wiederum auch andere Abenteuer, nehme ich mal an, ne? Ach, ich drücke immer B. Das ist bei der Wii U ein bisschen doof. Oh, der hat ja richtig viele. Was geht denn? Okay, also da sieht es gleich ganz anders aus, im Gegensatz zu Sully. Das klingt... Du darfst jetzt einmal für ein kostenloses Spielzeug aus dem Spielzeug-Tresor drehen. Mal sehen, welches der tausend tollen Objekte du gewinnst. Spielzeuge zum Bauen, zum Erschaffen und zum Spielen. Nur eine Drehung entfernt. Entdecke das Potenzial der Toybox und besuche den Spielzeug-Tresor. Ah, okay. Das ist also der Tresor. Man kann bestimmte Sachen also auch noch freispielen. Und das ist dann wohl das. Achso, ne, Moment mal. Das ist ja eben nicht das. Das ist ja kein Tresor. Das ist ja... Das ist ja Bauen. Moment. Dann war das... Und ist der Tresor das? Ja, das ist er. Willkommen im Spielzeug-Tresor. Nur zu, versuche eine Drehung. Okay, also das sind die Gegenstände, die wir kriegen können bei der Drehung. Und es ist halt absolut random. Und das ist dann wahrscheinlich... Also die Wache hier ist wahrscheinlich die Bonus-Belohnung. Also das wäre das coolste. Das ist geil. Das ist aus Aladin. Also man versucht hier wirklich jede Disney-Sache irgendwie zusammenzubasteln. Das ist aus Frankenweenie. Mensch. Das sind Stadtbewohner. Das ist das Malefils Schergen. Wie cool ist denn das? Elliot das Schmunzelmonster. Robin Hood's Prinz von Schergen. Ey, nice. Peter Pan-Figuren. Reifenzäune. Sportblock-Figuren. Es gibt ja echt eine Menge. Geil. Bin mal gespannt. Irgendeins davon kriegen wir. Lasst das Glück beginnen. Du hast ein neues Spielzeug. Und wir kriegen die Turmfestung. Ein Geländebaustein mit einer großen Turmfestung. Okidoki. Drücke die Mischentaste, um neue Spielzeuge zu sehen. Ah, wir können auch mischen. Dann verschwinden die allerdings. Ich könnte jetzt aber auch nochmal drücken. Also ich habe acht Versuche freigespielt. Um eben diese Agrabah-Wache zu kriegen. Äh. Ja. Wenn ich jetzt aber mische, dann ist die halt weg. Und dann muss ich so lange mischen, bis sie wiederkommt. Würde sagen, wir versuchen jetzt das nochmal. Dann mischen wir einmal durch. Damit ich euch das irgendwie ein bisschen zeigen kann. Yes. Die Bonus-Belohnung bekommen. Das lag wollte ich. Und ich habe es. Nice. Nice. Sehr geil. Ja, fett. Ah, und jetzt wäre das das Bonus-Set. Ach so. Also ist die Figur nicht besonders, sondern man kriegt dann noch einen Bonus. Ah. Das ist also die Bonus-Belohnung. Aber das ist ein schlechter Bonus. Jetzt mischen wir mal durch. Und das sind die neuen. Jetzt gibt es sogar zwei Boni. Pinocchio. Ach man. Ist ja süß. Oder zum Beispiel hier den Stunt-Buggy. Okay, cool. Ah ja, jetzt schauen wir mal. Der Kreisel. Also das sind auch verschiedene Sachen. Ach, man kann sich jetzt zum Beispiel seine eigene Jump'n'Run-Welt erschaffen. Es gibt so viele Möglichkeiten. Oh, auch hier probieren wir jetzt mal. Ah ne, jetzt habe ich nochmal durchgemischt. Ah, das macht eigentlich gar nichts. Weil das Mischen kostet mich nichts, ne? Matterhorn-Yetir von Disneyland. Schau mal. Also Mischen kostet mich nichts. Das heißt, ich kann so lange durchmischen, bis ich zum Beispiel irgendwas Geiles sehe. Hier zum Beispiel Boden stacheln. Damit würde man zum Beispiel bei dem Jump'n'Run-Teil sterben. Und jetzt halt gucken wir mal, ob wir nochmal was Cooles kriegen. Es ist ein Geländepaket. Ja, und das kann man jetzt eben so oft machen, wie man lustig ist. Ja, ich würde sagen, ich kann im Übrigen auch Schwert benutzen. Guck mal. Schwert. Oh, ne, das ist nicht das, was ich wollte. Hier. Huah! Also Schwert und Pistole. Jack Sparrow ist voll dabei. Ich glaube, wir können hier so krass viel noch erleben zusammen. Und deswegen hoffe ich, dass ihr auch im zweiten Teil von Disney's Infinity selbstverständlich wieder einschaltet. Ich würde mich wahnsinnig freuen. Würde mich auch sehr freuen, wie gesagt, wenn ihr das Projekt mit einem Daumen nach oben unterstützt. Auch in den folgenden Parts selbstverständlich. Und ja, wir sehen uns dann noch heute zum zweiten Part von Disney's Infinity wieder. Haut rein!